Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge in Half-Life VR. Es geht in den verlassenen Bereich von Black Mesa in die ganzen Raketen-Test-Dinger. Wow, hallo, ist da noch jemand? Nein. Aber wir werden beschossen, cool. Ähm, genau, ein längst vergessener und geschlossener Bereich. Wir werden gleich sehen, warum. Bitte. Geh weg. So. Äh, hier ist... Oh, hallo. Vor allem, wenn diese Tür doch zu ist, wie ist eine Krabbe hier reingekommen und wieso ist ein Wissenschaftler hier drin gewesen? Fragen über Fragen und wir sollten hier nicht dieses Ding kaputt hauen, sondern stattdessen... ...diesen Aufzug da, wo praktischerweise eine Leiter durch... ...durch, äh, stecket. Ähm, wird hier geöffnet. Um diesen Lift hier zu holen. Wo ist denn die Leiter jetzt? Doch, da ist die Leiter. Achso, die geht nur bis da. Ah, ja, falls man da reinfällt, ne? Ja, cool. Ich dachte, die Leiter geht da durch, aber das macht nichts. Äh, ja, wie gesagt, alter Bereich. Äh, längst verlassen. Oh Gott, jetzt muss ich mich hier mit einer neuen Steuerung auch noch befasse. Ja, ich will gerade ausfahren und vielleicht sogar schnell. Vielleicht muss ich da mal eine Steuerung ändern. Hallo? Ist das echt die maximale Geschwindigkeit? Ich glaube das nicht. Weil normalerweise können die einem nicht folgen, oder? Genau, schießt ihr mal eure... ...Dinger da ab. Ne, ich hätte es gedacht, dass ich irgendwie... Ah, guck mal, jetzt geht doch hier die Luzi ab. Hä? Boah, ohne... Ne, hier. Alter Scheiß, äh, alles voll mit uralter Radioaktivität. Speichern. Alles, was mit Springen zu tun hat, in lustigen Engels, werde ich... ...weiterhin, äh, Quicksafen, weil... ...wie gesagt, ich traue dem... ...Character Controller hier nicht. So, Shotgun. Verrecken Sie bitte, danke. Ist immer noch so ungewohnt, mit einer Waffe in der Hand hier die... ...die Leitern rauf zu gehen. Aber man kann sich an alles gewöhnen. Ja, aua. Da wurde ich jetzt aber mal richtig getroffen. So. Da ist der Nächste. Wird ja gar nicht geschossen, was soll das? Naja, wir haben ja genug Shotgun-Shells. Da kann ich mich auch hier... ...hinstellen und das alles... ...alles verballern hier. So. Das heißt, wir müssen jetzt hier auf die Leiter. Ah. Und es ist mal wieder ein Spaß. Mit Leitern, äh... So. Ne, die andere Leiter konnte ich einfach rauflaufen. Und dann ist der da... ...obendrauf gehopst. Mal gucken, wie lange das gut geht. Aber bis jetzt... ...äh... ...springen. Hüpp. Ne, warte, ich sag, ne. Quick-Load. Hüpp. Warum springt der hier ja nicht? Mann, ist doch scheiße. Junge. Alter, das kann doch jetzt nicht sein. Hüpp. Hüpp. Dankeschön. 20 Versuche später, weißt du. Ach, die... ...die... ...der Player-Controller ist einfach nur fantastisch. Habe ich die Magnum schon? Nein. Dann muss ich die Pistole nehmen. Das geht mir nämlich nur auf den Sack hier. Da hinten ist auch was. Vielleicht kann man da hin. Da ist, glaube ich, einfach nur Partikel-System. Und der Finger steckt hier schon wieder fest. Also das ist... ...diese ganze Kalibrieren der Hände ist immer lustig. So. Wunderbar. So muss das sein. Mal gucken, wann der Controller das nächste Mal aufgibt. Da ist noch ein Viech. Ich sehe dich. Ja, Hazardous Radiation. Komm, scheiß auf den Kram da hinten. Tschüss. Blödes Kackviech. Ja. Ja. So. Äh. Bumm. Warum zweimal schließen, wenn einmal reicht? Und die Brücke ist kaputt. Komm her. Üh. Üh. Komm, du auch. Üh. Üh. Ich sollte vielleicht nicht die Brücken kaputt schießen. Üh. Ne, weil Brücken kaputt schießen heißt, Sprungpassagen und heißt, zehn Stunden lang. Zehn Stunden lang, äh, 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 versuchen. Ja, du stehst jetzt da hinten. Super. Kommst du mal bitte hier hin? Komm, draufgeschissen. So, jetzt sind alle Brücken kaputt. Errungenschaft. How did the pipes survive? Ja, das stimmt schon. Da kann man dann drüber laufen. So, ihr seid. Zack. Zack. Quick Save. Ja. Continue. Hüpf. Ich spring doch hier. Was macht ihr denn da? Ja. Och. Springen. Half-Life ist das Jump'n'Run vor dem Herd. Kennen wir alle, ne? Also, Sprungpassagen in Half-Life. Werden witzig. Ja, äh, willkommen zum nervigsten Gegner im bis jetzigen, äh, bisherigen Spiel. Destroi das verdammte Ding, bevor es mehr größer wird. Destroi das verdammte Ding. We need to destroy it. Jetzt. What should we... Oh, sis. Nya, ha, 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 ha. Njam, 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 njam. Zu spät. So, wir müssen die Rakete feuern. Mä. Äh, aber dafür haben wir, äh, weder Sauerstoff noch Treibstoff noch Strom. Ja, und die Viecher sind blind. Aber die können sehr gut hören. Das heißt, wir müssen die gleich mit Handgranaten irgendwie in Schach halten. Hallo? Ja, da ist schon jemand zerstüggelt worden. So, dann ducken wir uns mal und dann sind wir mal ganz ruhig. Äh. Ne, denn wie gesagt, die Viecher hören uns. Und wir müssen, äh, einmal dahin. Ähm. Das machen wir am besten, indem wir... Einmal so. Ne, jetzt bumm. Ne, jetzt hängen die hier. Äh, dann mach ich einmal da unten kaputt. Ne, dann hab ich nämlich gleich kein Problem, da reinzukommen. Tada, hallo. So. Äh, das dazu. Jetzt müssen wir nämlich erstmal hier, äh, Pro, Problab 03, Fuel bestimmt. Silo D03 Access, wo alles kaputt ist jetzt. Genau, außer die Pipes, die haben's, äh, überstanden. Also jetzt hier Fuel und Jauerstoff. Quicksafe, man weiß ja nie. Die Steuerung ist da so ein bisschen finicky. Irgendwer spuckt mich hier wieder an. Warte mal, ich kann doch jetzt... So. Fuck you. Machen wir das auch nochmal kaputt. Health ist... Alles voll. Gut. Dann müssen wir jetzt hier einmal... Äh... Fuel Room. Ist natürlich zu, klar. Wo ist der Sauerstoff-Room? Da sind Gegner-Rooms. Einmal da und... Einmal da, warum auch immer, der jetzt mehr ausgehalten hat. So, hier stand ich mal eine ganze Zeit vor und wusste nicht, wie kommt man da rein. So. Klettern wir diesmal so runter. Aber ich kann noch loslassen und... Da steht ein Viech. Das möchte ich nicht, dass mich das anschießt. So. Da waren wir noch kurz außerhalb der Welt. Mit meinem Kopf. Ich habe es klippen gesehen. So. Leiter. Leiter ist gut. Plonk. Leiter ist Leben. Sofern man hier auch irgendwie vernünftig rauskommt, ist alles gut. Granaten kriegen wir wieder. Sehr schön. Ah. Der Ventilator. Ja. Das wird auch noch schön. Ähm. Hoffentlich funktioniert das. Weil der Ventilator, der geht ja relativ... Also wir müssen den Ventilator jetzt anmachen. Für alle die, die das nicht kennen. Weil wir müssen... Wir bauen Luft. Und für die Luft müssen wir... Wird da nach oben. Und so wird halt auch der Sauerstoff generiert. Höhöhöh. Wir müssen da oben rauf. Aber der Schalter, um das Ding anzumachen, ist da unten. Und im Originalspiel, sobald wir den Knopf drücken, fängt das Ding an sich zu drehen. Weil wir aber ja in VR insgesamt immer ein bisschen langsamer sind als alles andere, ist der Fan, glaube ich, eine Sekunde später geht der los. Und die Collisions sind, glaube ich, aus. Ich speichere jetzt trotzdem mal. Einfach nur, um dem hier entgegenzuwirken, dass wir hier... Oder sowas zum Beispiel. Ja. Major Fracture. Quick Load. Äh. Klick. Weil man braucht jetzt hier nämlich ewig, um raufzukommen. Oder solche Späße. So. Das haben wir dann doch jetzt geschafft, ohne zu sterben. Und das ist fantastisch. Das habe ich mir schwieriger vorgestellt. Aber, äh, ich bin froh. Bad Design. Ja, definitiv. Pam. Geh weg. Ich kriege hier eine Schiefe in der Mann. Nein, ich glaube, das seht ihr gar nicht, oder? Jetzt mal gucken. Habt ihr überhaupt Bild? Ja, doch. Bild habt ihr, Ton habt ihr. Alles ist da schön. Das wäre doch jetzt wieder super gewesen, wenn ich einfach... Äh... Hier, äh, das hätte laufen lassen. Und nichts. Nehmt auf. Ist ja nicht so, dass das nicht schon mal passiert wäre. Aber, und der Ducken-Threshold ist irgendwie auch nur ein Grad oder so. Auf dem ganzen Stick hier. Ne, sobald ich ein bisschen, dann dreht er sich sofort. Wo musste ich jetzt lang? Ich glaube, ich musste da lang. Das sieht mir nach Ausgang aus. Ja. Hurra! Na, und da wird jetzt aus der Luft der flüssige Sauerstoff gewonnen. Komm, du auch. Komisch. In Half-Life Alyx und Half-Life 2 und so treffe ich nie. Und jetzt hier, wir, Pam. So, Oxy, on. Fuel, on. Alles gleichzeitig. Super. Oxy und Fuel. Ich glaube, in der Black Mesa Source Mod sind das zwei verschiedene Systeme. die wir dann anmachen müssen. Ja, da. So. Auf mit der Tür. Ach, hier sind wir. Okay. Ja, das ist doch erfrischend kurz. Habe ich nichts gegen. Das heißt, wir haben Oxy und wir haben Fuel. Und jetzt brauchen wir noch Strom. Ne, ne, ne. Ach, pff. Das ist echt Muffensausen. Wenn man da nicht speichert. Da. Irgendwie dreht sich das Ding nicht mehr vernünftig mit. So, wo wollen wir die denn haben? Ich will die da hinten haben. Ne, verpisst euch mal gerne. Weil dann kann ich nämlich gleich da hinten hin. Ne, da hin so. Ich habe da noch eine Granate hingeworfen. Warum ist denn hier... Ja, wenigstens kommt man hier schnell raus. Das ist ein Black Mesa Source VR auch immer eine Gratwanderung. Von wegen her kriegt man die Dinger hier schnell genug aufgeschaltet. So, die nächste Sprungpassage. Wunderbar. Dabei habe ich auch schon eigentlich die korrekte Laufgeschwindigkeit hier eingestellt vom Spiel. Also es ist... Das war effektiv. Äh, also wir rennen eigentlich schon so schnell wie im Original. Und wir rennen halt die ganze Zeit. So, schaffen wir das hier drauf zu landen? Jawohl. Schaffen wir das auch hier nicht runter zu fallen? Ne, weil ich weiß auch nicht, ob es sinnvoll ist, die Laufgeschwindigkeit hier ein bisschen hoch zu setzen. Gerade für solche Sprünge. Wollt ihr wohl sterben? So. Ja, hier ist auf jeden Fall kein Strom. Warum auch immer Wasser in den Lüftungsschächten ist. Nobody knows. Stub. Danke. Sie auch. Äh, wenn man mal treffen würde. Ja. Das wirkt hier alles so komisch leblos, wenn man tatsächlich die Black Maester Source Mod noch kennt. Oder zumindest die Szenerie im Auge hat. Oder im Kopf noch hat. Vor dem Geistding in Auge, ich glaube, das wollte ich sagen. Aber trotzdem, es hat seinen Charme. Es ist alles ganz schön. Da ist ja eine Leiter. Ich glaube, die möchte ich runterklettern. Weil der Aufzug geht sowieso kaputt. Ich glaube, das ist... Oh. Hallo. Oh. Oh. Komm, wir nehmen den Aufzug. Okay. Wir müssen sowieso flüchten. Denn... Wie ist es für sich für ein Horrorspiel geziemt. Ich hoffe, dass niemand erwartet, mich zu starten, den Generator zu starten. Smithers ging da und kam nie wieder zurück. Smithers! Ja, dann... Mach ich das wohl. Biological Hazard. So, hier haben wir jetzt auch witzige... Witzige Gerätschaften, die sich automatisch bewegen. Hä? Brr. So. Hä? Ja, die auch rein, zufällig. Oh, oh. Hallo. Will ich denn da hin? Ich weiß es nicht. Dafür können wir hier einen Shortcut dann dadurch nehmen. Und hoffentlich lässt er mich jetzt hier auch stehen. Nein. So. So. Vielleicht sollte ich hier gleich auch nochmal irgendwie speichern. Hey. La-da-da-da-da. Hallo. Oh, ich habe es schon angemacht. This is my hiding spot. And I'm not moving. I'm not moving. Ja, du machst das schon. Wie viel Strom ist jetzt an? Und ich glaube, der verreckt jetzt. Bssst. Oder auch nicht. Äh. Ja, der dürfte tot sein. Aber gut, wir haben Strom. Äh, Smithers ist tot. Tut mir leid. Ja, Radiation. Someone has restored all power. We'll have the engine up again in no time. Excellent. Hm. Who could this Angel be? Hallo? So. This mystical person who have turned this on. Äh, äh. Laufen. Und nicht die Lampe hier anmachen. Warte mal, da ist doch wieder... So. Und rauf. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Wesentlich besser als... So. Jetzt. Äh. Äh. Ja. Jetzt wird's sehr spaßig. Jawohl. Ja, super. Jetzt komm ich hier nicht raus. Ich brech zusammen. Hm. Och, Leute. Dann halt so. Hä, 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 hä. Ja, ja. Wir haben's geschafft. das Jump'n'Run Half-Life. Uh, ich glaub, hier muss ich auch mal irgendwie jetzt... Hä, hä. Ja, doch. Wir haben ein bisschen Schaden genommen. Aber der Strom fließt. Das ist die Hauptsache. Wäre lustig, wenn das Kabel jetzt auch stromatisch... äh, äh, aktiv wäre. Hast du denn hier irgendwie so einen Sänger? Stromo oder so? Strombo? Strombose? Strombositis? Hä? Hä? Äh, Handgranaten? Jetzt müssen wir uns zurückschleichen. Und hoffentlich... Äh, diese Rakete hier starten können. Also das Triebwerk. So. Ja, danke. Ja. Bumm. Ne, Bleeds, wie quiet. Ich verbrat jetzt hier alle meine Granaten, nur um sicher hinzukommen. See you, Bitches. Ja. Weg mit euch. So, ich habe hoffentlich alle meine Granaten wieder. So, tschüss. Du Pisser. Du kommst mit. Äh. Ne, komisch mit der. Knarre kann ich irgendwie nicht zielen. So, dann. Testfire. I am the God of Hellfire. And there will, äh, and let there be... Fire. Ja. Ha, 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 ha. Buh, buh. Buh, buh, buh. Fantastisch. Heh, yay. Äh. Yay. So. Yay, Buddy Jesus. Ja. Mal gucken, ob unsere Wache das mit überlebt hat. Ich glaube nicht. Nein, natürlich nicht. Aber jetzt haben wir hier eine Pistole. Hallo, Barney. Schönen Schädel haben sie da. Mmh. So. Hm. Puh. So, dann runter. Uh, jetzt kriegen wir die Magnum, glaube ich, sogar, ne? Runter ins Wasser. Perlatsch. Ins radioaktive Wasser. Vor allen Dingen. Hallo. Ihr habt's gut überlebt. Magnum. Magnum Munition. Mugnu-Rhoden. Und Radioaktivität. Ganz viel. Aber das noch mehr Magnum. Man, 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 man. Magnum Munition. Mugnu-Manitian. So, jetzt müssen wir hier raus. Hier weiß ich noch als, als Kind als ich Half-Life das allererste Mal gespielt habe. Ich wusste nicht, wie ich hier weiterkam. Bis ich herausgefunden habe, hey, man kann ja hier rausschwimmen. So, alles nicht sehr, nicht sehr logisch aufgebaut. Ich glaube, hier die Leiter existiert nur, falls man hier irgendwo runterfällt. Ja, und wenn man sich heilen will, natürlich. Ich weiß nicht warum, aber ich klettere irgendwie gerne mit den Händen frei. So, weiter geht's durch die Kloake. Nein, nicht in die Kloake. Ja, Hazardous Radiation. Ich werde jetzt sowieso sterben. Yay! Ich komme hier nie wieder raus. Oder? Überleben wir das? Das wäre cool. Das wäre sehr geil, wenn wir nicht hier ersaufen. Was durchaus passieren kann. Radiation und O2. Vitals are dropping. So, deswegen existiert diese Leiter hier. Oh, bleibst du wohl hier? Hallo? Hallo? Ich möchte... Oh nein, bleib hier, verdammte Scheiße. Himmel! Wer hätte gedacht, dass ich da speichern muss? Vor allem, ich haue hier auch die Leiter. Hm! So, probieren wir das nochmal. Ich sagte, wir probieren das nochmal. Und jetzt speichere ich. Bei allen wichtigen Sprüngen muss gespeichert werden. Was ist denn hier passiert? Ich muss hier runter. Komm, ich speichere mal nicht. So, hier muss ich lang. Und dann hier. Die Controls sind alle ein bisschen... komisch. Ein bisschen zu... twitchy. Wie gesagt, der Player-Controller von Half-Life ist ein bisschen seltsam. Jetzt müssen wir mal hier... Nee. Hier so ein... Hallo? Dann so. Nee, hier nämlich ein Rohr. Rausfahren lassen, damit wir hier rauskommen. Und natürlich ist in dem Rohr ein Loch. Und da falle ich jetzt durch. Nicht. Ich glaube, ich hätte... Hätte ich auf dem Tisch landen können? Ich weiß es nicht. Genau, Morphin. Oh, hallo. Claymores. Die hätte ich jetzt nicht platzieren dürfen. Naja, machen wir mal das ganze Militärequipment hier kaputt. Denn jetzt, glaube ich, kommt unsere nächste große... Guck, wie klein die sind, ne? Wenn die so am Boden liegen ist, vergleicht mal hier mit... Was in der Hand ist. Passt irgendwie nicht. Naja, müssen wir extrem aufpassen, wenn wir die Waffen durchwechseln hier. Ähm. Genau. Und bevor ich jetzt hier irgendeinen Trigger... Triggere, was, glaube ich, schon passiert ist... Ich gehe mal schnell zurück. Äh, ja, entlasse ich euch aus diesem Kapitel. Und im nächsten Video geht es dann weiter mit Powered Up, glaube ich, heißt die Episode. Oder das Kapitel. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.